Ähm, ähm, funktioniert mein Mikro? Eins, zwei, hallo? Ja? Und was nun? Soll ich hier sofort meinen Text aufsagen? Soll ich anfangen? Okay, ich schaff das. Liebe Bürgerinnen und Bürger, Muppet-Fans, Frösche, Schweine, Bären und, äh, naja, und natürlich auch alle anderen. Ähm, ich, Kör, mit der Frosch hoffe, ihr hattet ein tolles Jahr 2013, einen schönen Silvesterabend und seid bereit für das sensationellste Jahr aller Zeiten, 2014. Ja! Und ich bin wirklich unglaublich stolz darauf, verkünden zu dürfen, dass am 17. Januar 2014 in Deutschland der frei empfangbare Disney Channel mit der Muppet-Show seine Premiere feiert. Äh, wartet mal kurz, wartet mal, die Muppet-Show kommt wieder im Fernsehen? Oh, das ist toll! Oh, das muss ich gleich Miss Piggy erzählen. Sie sieht sich selbst sehr gerne im Fernsehen. Äh, in ihren Filmen. Oder im Spiegel. Äh, naja, eigentlich überall. Äh, wie auch immer. Äh, die Muppet-Show ist wieder im Fernsehen zu sehen. Und zwar im brandneuen Disney Channel. Und ihr könnt dabei sein. Der Sender startet am 17. Januar. Bis dahin wünsche ich euch und euren Familien im Namen aller Muppets ein frohes neues Jahr, Gesundheit, Mut und ganz viel Spaß. Und geratet nicht zwischen Miss Piggy und den Fernseher. Sie hasst es, wenn sie sich im Fernsehen verpasst. Und das ist, wenn sie sich im Fernsehen verpasst. Und das ist, wenn sie sich im Fernsehen, Und das ist, wenn sie sich im Fernsehen verpasst. Vielen Dank.